Gestatten Barnetta, Tranquillo Barnetta. Eigentlich geht es für den Schweizer ja erst am Samstag los, aber er kann es kaum erwarten. Hallo Tranquillo, herzlich willkommen auf Schalke. Du bist zum ersten Mal hier. Mit welchen Gefühlen? Ja, natürlich eine riesen Vorfreude. Ich war einmal ganz kurz hier für einen Medizin-Check, aber habe ich leider auch gar nichts gesehen. Und jetzt, ab morgen geht es los. Ich freue mich natürlich riesig und bin auch sehr gespannt auf alles, weil es natürlich doch nochmal ein gewisser Unterschied ist zu meinem letzten Verein. Das möchte man so sagen. Das ist ja kaum ein Verein, sondern eher die Werkself. Und das hier ist ein richtiger Traditionsverein. Was erwartet dich da? Ja, ich glaube, diese Fankultur ist, glaube ich, fast einmalig in Deutschland oder fast in Europa. Und darauf freue ich mich natürlich. Also, dass eine ganze Stadt oder alle einfach für diesen Verein leben. Und das werde ich natürlich auch versuchen. Da wünschen wir dir viel Glück dabei. Du hast ja schon ein paar Mal in der Arena gespielt. Jetzt darfst du aber für die Richtigen auflaufen. Ja, es ist natürlich ein herrliches Stadion. Das war auch als Auswärtsmannschaft schon immer ein tolles Erlebnis, wenn man hier spielen durfte. Und jetzt hat man das jedes zweite Wochenende. Und das ist natürlich ein Traum für jeden Fußballer. Jetzt darfst du uns ein bisschen über dich reden. Tranquilo, dieser Vorname. Mein Banetta sagt schon, da ist irgendwo italienische Schweiz mit drin. Tranquilo, was heißt das übersetzt? Das heißt, der ruhige oder langsam ist so ein bisschen Tradition. Mein Vater heißt so, mein Großvater heißt so. Ja, das ist ein ganz schöner Name. Aber ich glaube, ich versuche da auf dem Platz nicht ganz so ruhig zu sein wie der Name. Eigentlich versuche ich da, wenn ich nicht auf dem Platz bin, schon auch ein bisschen dem Namen gerecht zu werden. Ich muss da nicht immer im Rampenlicht stehen, sondern ziehe mich gerne auch mal zurück. Aber halt auf dem Platz, da ist dann nichts mehr mit ruhig. Das kennen wir von dir. Du bist einer, der auch Tore schießt, aber vor allen Dingen Tore vorbereitet. Das hast du ja vor der EM noch gezeigt. Drei Torvorbereitungen gegen Deutschland. Hat dir das besonders viel Spaß gemacht gegen die Bundesliga, Kollegen? Ja, klar. Weil wir mussten auch als Schweizer immer viel einstecken, wenn man gegen Deutschland gespielt hat. Weil wir immer versucht haben, halt unser Bestes zu geben und vorher auch mal große Sprüche gemacht haben. Ja, heute seid ihr dran und dann haben wir eigentlich immer verloren. Und dieses Mal haben wir es als kleine Schweiz geschafft, Deutschland zu schlagen. Das war natürlich ein Traum für uns kleinen Schweizer. Du hast die Vorlagen von links gegeben, du kannst aber auch rechts spielen. Was ist deine Lieblingsposition? Ja, also auf jeden Fall auf den Außenpositionen offensiv, weil ich da, glaube ich, viel zum Spiel beitragen kann. Ich habe mehrheitlich schon links gespielt, auch in der Nationalmannschaft. Aber im letzten Spiel jetzt bei der Nationalmannschaft habe ich auch im Spiel dann nochmal zweimal rotiert nach rechts oder in die Mitte. Ich denke schon, dass die Außenbahnen meine Favoritenpositionen sind. Aber mal schauen, was der Trainer dann von mir verlangt. Jetzt ist das Problem, dass wir hier in der Mitte einen haben, der schwer anspielbar ist, der kaum ein Tor macht. Das wird natürlich für dich ein Problem. Ja, klar. Da wird es natürlich sehr, sehr schwer, dem irgendwen einen aufzulegen. Aber es freut mich natürlich, dass ich mit so einem Topspieler in der Mitte zusammenspielen kann. Und wie ich das auch schon ein, zwei Mal gesagt habe, werde natürlich versuchen, mein Bestes zu geben, dass er auch wieder so erfolgreich sein wird in dieser Saison. Dankeschön fürs Erste. Wir werden die Sicherheit nochmal vorstellen, den Fans. Aber das als erster Eindruck hier und heute. Dankeschön. Perfekt. Dankeschön.